Hallo und herzlich willkommen in Halberstadt. Das ist unser Standort am Fachbereich Verwaltungswissenschaften. Hier kann man international und dual mit direkten Bezug zur Arbeitswelt studieren. Unser Innenhof lädt dazu ein, mit unseren Kommilitonen zu grillen oder auch einfach nur das schöne Wetter an der frischen Luft zu genießen. Jetzt zeige ich euch noch den Rest der Hochschule. So, wir befinden uns jetzt hier in unserer kleinen, aber feinen Bibliothek. Hier herrscht eine ganz leise Atmosphäre zum Lernen und zum Arbeiten. Hier wurden schon viele Bachelor- und Masterarbeiten finalisiert und auch viele Bücher gebälzt. Aber man kann sich auch hier einfach eine normale Zeitung nehmen und diese gemütlich auf unserer Couch lesen. So, jetzt befinden wir uns hier in unserem multifunktionalen Doppelhörsaal. Hier haben bis zu 100 Studierende Platz und das Besondere ist, dass man diese Trennwand hier einfach rausmachen kann. Dann hat man sozusagen einen gespiegelten Hörsaal und man hat viel mehr Platz für verschiedene Events oder Tagungen, wo uns manchmal auch externe Unternehmen besuchen. So, wir befinden uns jetzt in den eindrucksvollen Hallen der Hochschule Harz. Hier findet unsere wunderschönen Halberstädter Party statt. Für einen kleinen Geldbeutel könnt ihr hier die Nacht zum Tag machen. Und ihr findet in den Fluren sogar kleine Andenken wie Partyfotos. Hinter mir seht ihr die Mensa. Das ist auch ein wichtiger Ort bei uns an der Hochschule. Hier könnt ihr an fünf Tagen die Woche etwas Leckeres zu essen bekommen und das zum kleinen Preis. Im Sommer oder in den wärmeren Monaten generell kann man sich hier draußen hinsetzen und sein Mittagessen genießen. Aber auch für den kleinen Snack zwischendurch ist gesorgt. Und jetzt ein kleiner Tipp von Studierenden zu Studierenden. Wenn es Kedelschnitzel gibt, müsst ihr ganz schnell sein, wenn ihr noch eins bekommen wollt. Nicht mehr weg von der Hochschule gibt es die schöne Kneipe Kanapé. Das ist eine von Studierenden geführte Kneipe. Also wenn der Abend noch nicht vorbei sein soll, dann ist das der Studententreff in Halberstadt. Aber wenn du nicht nur gern vor dem Tresen, sondern auch mal gern dahinter helfen möchtest, der Fachschaftsrat sucht immer neue, engagierte Personen. So kannst du eben auch Anlassveranstaltungen oder auch andere Partys mit organisieren. Auch kulturell hat Halberstadt viel zu bieten. Nicht mehr weg von der Hochschule, im Genaueren genau gegenüber, kann man sich den Domschatz einmal angucken. Dieser ist von innen, also von außen ein wahrer Hingucker. An manchen Tagen kann man sich auch den Domschatz genauer ansehen.